so willkommen wieder zurück so wir wollen ein bisschen wenn wir mal gucken was es hier so schönes gibt knalligen boden schon der jetzt erst ein anderer das ist ja ein bisschen heller eventuell wie sieht es aus preis preiswert sonst mal ansagen die immer noch preiswert ist das zu teuer so rasant aus oder es ist zu teuer ok liebe dass wenn der park nichts kostet ja das doch schön teuer soll ich das denn machen was sagt ihr wie der ganze müll hier ist doch gar kein müll aber wir können mal ein schrubber einstellen preiswert ok jetzt geht das preiswerte runter ok 8 euro ist ok das ist eigentlich viel zu viel für so ein scheiß karussell ist aber ich muss jetzt mal eben ein bisschen geld verdienen wir müssen so leid es mir tut euro für den toilettengang nehmen äh nicht 10 nein nein nicht 20 hallo stopp bist du wahnsinnig das ist jetzt dumm gehen da noch welche auf toilette wenn ich auf nein 50 cent ja 50 schaden ja weil ich brauche mal eben ein bisschen geld 20 cent auch halt stopp ist das jetzt zu viel gewesen nö 20 cent scheint in ordnung zu sein für die meisten ja ok jetzt wird die milkshake preisen aus wird es dann teurer werden wir machen alles 20 cent teurer ach der plus bisschen was können wir 10 euro nehmen das ist jetzt aber zu teuer ne ja ach das ist gut jetzt muss ich 20 cent nehmen oder 1 euro können wir auch nehmen oder nicht 20 20 cent scheint okay zu sein Kinder 10 cent ja das ist ja wohl wirklich nicht zu viel oder das ist jetzt echt zu viel 10 cent und Kinder gar nichts zahlen die hier eigentlich was ich wollte gerade sagen das wäre witzig wenn der andere ja weniger kann ich nicht machen das tut mir leid ich würde gerne die hier bauen das gehört laut sprecher sollen die szenerie gut machen kommen dann müsste das ja 100 prozent haben ja ich muss nichts nehmen also ich kann nichts nehmen man muss halt mal bedenken der verkauf nie drinnen ne wahrscheinlich jetzt ist es auf einmal so teuer ich habe mir schon was verdient mit den ich bin sorry billiger kann ich es nicht machen das ist geil ne ich gehe immer noch wirklich ins Karussell was kauft ihr denn so schon auch so nicht ja kauft ihr so schief beef ich kann die mitarbeiterin jetzt überwachen ist ja geil ja halt stopp mal was kaufen das ist ja wohl hier hin passen was wird kaum hier hin auch wie wie passt das ja eigentlich scheiße heute wollen ein bisschen was mit spaß aber das ist zu teuer mal also bis In dem Fall sieht das... Gott, wie sieht denn das aus? Nein, das geht ja gar nicht. Das macht aus, ja. Das geht nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch cool, ne? Das ist echt cool. Das ist vielleicht schon ein paar Prozente. 81 davon. 80 davon? Die Felsen. Es ist Felsen. Alpinen Felsen. Alpinen Felsen. Ich finde sie Tropenfeld. Das ist nett. Das ist nett. Sieht hier hinten noch aus, wenn das schon so preiswert ist, ist das nicht mehr... Oder? Muss ich hier auch einen Lautsprecher nehmen. Wieder ins Gebütt. Acht Prozent, die kriege ich jetzt noch hin. Dann bräuchte ich wieder einen Baum. Ein bisschen lang. Schade, ein kleinerer Sandton. Böke hatten wir. Wir hatten doch bei den Gebüschen so ein cooles Gebüsch, ne? Was ist das? Das? Nein, wo war das? Das hier. 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 Ja, das geht klar. Noch gerne einen Lautsprecher. Was tu ich hier? Jetzt haben wir auf jeden Fall 100 Sieht doch auch schon ganz nett aus eigentlich alles Der Eingang ist doch nicht so nett Der wird noch netter So wie viel Gewinn machen wir hier Wie billig ist es Preiswert So wie viel Gewinn ist es Nee Das war im anderen Spiel Rollercoaster Tycoon Da gab es solche Lautsprecher Die Musik gemacht haben überall Komm Das ist eine Brennkammer Die Musik gemacht hat Die Musik prosecution hat beide Die Musik Eine Musik Die Musik Die Musik Richtig gerne noch eine Laterne. Die sind ganz nett, die sehen nämlich aus wie die Kamera und die gefällt mir nicht. Sieht mickrig aus. Die sind ganz nett, die sind ganz nett. Okay, das reicht dann erstmal. Obwohl, warte mal. Lamp oder Laterne? Wollte ich ja. Das ist jetzt nicht, aber hier ist auch schon. Der Schneckro. Tritt der Schrubber noch? Also, haben wir den noch? Eine Beförderung? Dann haben wir noch so einen Sicherheitsmann hier und dann haben wir es. Wir haben Geld für so einen Heine hier. Kriegt 20 oben drauf, weil der soll ja immer happy sein. Wenn der nicht happy ist, ist der Job für den Orsch. Ne? So, hier kann man irgendwie noch eine Sitzecke machen. Ja, wir können jetzt mal forschen. Forschung. Ich möchte mal den Geldautomaten davor. Ist ehrlich egal, wir können ganz viel eingeben. Macht er automatisch tausend. Und hier. So, das wird dann auch schnell fertig sein. Die Folge ist an sich auch schon fertig. Ähm. Sanitätsgebäude haben wir auch noch nicht. Am Anfang lohnt sich das nicht, weil das mehr Minus als Plus machen will. Ne. Anders. Dann haben wir das zumindest als ein Gebäude. Natürlich fallen keine Gebühren an dafür Und für die Toilette mittlerweile auch nicht mehr Weil wir das im Moment nicht nötig haben Ach geil, die Toilette ist jetzt mal kostenlos Weil wir das nicht nötig haben im Moment Die Farben gefallen mir Hier würde ich die Farben gerne etwas ändern Machen wir Pause, dann kann ich besser denken Denken, was ist denn das? Also ich hätte gerne Amazon Kraken ist meistens so Blah Irgendwie eine farbe noch Kann man doch machen Und ich sieht cool aus als vorher Warum kann ich diese komischen fester denn ich konnte das andere aber an den Farben auszusetzen nischt So gut wollen wir gucken ah die Geldautomaten haben wir jetzt Das heißt wir stellen auf jeden Fall schon mal einen hier hin Gebühren machen wir nicht So wer will kann sich bedienen und wir haben die anderen forschung schon fertig Tickflip Und skisser ich glaube der ist neu Ja da müsste neu sein Das wäre gut Nächste folge tschüss und zum nächsten spitz zum nächsten mal